Ich hätte nicht gedacht, dass es mir als Üker-Lehrperson so viel Freude macht, Lernende zu kompetenten Berufsleuten auszubilden. Diese Nackenbeschwerden. Ah, diese Nackenbeschwerden. Was sagte mein Fachgruppenleiter? Ein guter Tipp. Halte auf jeden Fall zu Beginn die Zügel eng. Dann hast du alle in der Hand. Wie ein guter Schiedsrichter. Sie kennen die Regeln. Oder vielleicht sollte ich eher Sporttrainer sein. Hätte, sollte, könnte, vielleicht. Eure Einstellung entscheidet über den Erfolg. Jeder bringt seine Stärken ein und arbeitet an seinen Schwächen. Los geht's. Ziel. Ein erfolgreicher Lehrabschluss. Warum nicht wie ein Coach? Ich berate die Lernenden und lasse sie selbst die Antworten finden. Ja, ich bin ein Coach. Aber wie mache ich es dann mit der Bewertung? Die Kollegen setzen eher auf summative Bewertung und lassen nicht mit sich diskutieren. Bewerte ich die Lernenden formativ, wissen diese, was sie auch besser machen könnten. Würdige ich den Lernprozess, muss ich den in der Regel auch gut beurteilen. Ich finde meinen Führungsstil. 秒 kort, indem ich die Dr. Wille. Der Erfolgsstil. Der Erfolgsstil. Der Erfolgsstil. Der Erfolgsstand. Domöngstil. Der Erfolgszt, muss ich den in der glory 했어요. Dann Ele sealing auch gut an. Der Erfolgsstil. Der Erfolgsstil.